Ja, auch wir haben sie nicht erkannt. Das ist tatsächlich Model und Moderatorin Gianna Ina Zarella. Nur mit einer Blumenkette und einem Hawaii-Rock bekleidet, feiert die brünette Schönheit Karneval. Das Foto ist natürlich ein Throwback, das Gianna Ina als junges Mädchen zeigt. Die heute 41-Jährige teilt das Bild auf Instagram mit ihren Fans. Dazu kommentiert die gebürtige Brasilianerin, als ich dachte, ich komme aus Hawaii. Das Foto wurde in Rio de Janeiro während des berühmtesten Karnevals der Welt aufgenommen. Von wann genau der Schnappschuss stammt, verrät uns Gianna Ina in ihrem Posting allerdings nicht. Ein schönes Erinnerungsbild an ihre Teenager-Zeit ist es aber allemal. Das Model zeigt sich im Gegensatz zu damals heute überwiegend in bedeckter und eleganter Kleidung. Wie hier in einer tintenblauen Lederhose mit passend abgestimmten Mantel und Boots. Auch auf ihren Social-Media-Kanälen ist von zu viel nackter Haut nichts zu sehen. Gianna Ina beweist mit ihrem heutigen Look, wie sexy angezogen aussehen kann. Und trotzdem freuen wir uns, dass die Zweifach-Mama auch dieses freizügige Foto von früher mit uns teilt.